Ahhhh, einmal da, ho! Wo ist der perverse Dude, der die fesseln will? Dort! Äh, ja. Sprich mit Ogritztritz. Äh, was muss ich jetzt? Was wird denn? Ach, hier ist ein Bindepunkt! Genau! Obelis! Einmal binden, bitteschön! Jaaaa! So! Wo muss ich jetzt hin? Das Geheimnis von Dingsbums... Das ist alles da oben! Nee, das nicht! Das ist da unten! Oh, dann muss ich wieder runter in die Schlucht! Ich komme zu dir, Tyrox! Oh, nee! Oh, doch! Sturzflug! Flügel ausbreiten! Ich flieg aber weiter, keine Sorge! Zum Glück aber! So! Ja, gut! So viele auf einmal, könnt ihr gerne haben! Das ist kein gültiges Ziel! Das ist kein gültiges Ziel! Oh, nee! Sag mir nicht! Ich muss die ganze Zeit diese komische Fliegel erfüllen und dann die Fesseln einsammeln! Ja! Dann musst du wieder da runter! Oh, nee! Weil das dann einfach nur noch die goldene Quest ist! Warum? Alk, du bist zu nah an mir! Ja, dann musst du weggehen! Musst du weggehen! Warum? Weil? Ja, ich geh ja schon zu dem blauen Punkt, wo ich hin muss! Gut! Meine Güte! Aber der ist trotzdem noch nicht weit genug weg! Oh, nee! Oh, bitte nicht! Ich werde hier sogar noch unterwegs angegriffen! Also, musst du kurz ein bisschen so warten! Aber... Nee, hier ist aber schon noch einer, der tot ist! Da kannst du einsammeln! Den hab ich dir erlegt! Oh, zwei! Oder drei! Er ist da nicht! Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgelegt! Jetzt müsstest du sie wieder einsammeln können! Nein! Ich kann ohne hier einsammeln! Und das Dumme ist, ich glaube, ich muss was von dem einsammeln, von dem Dude! Mann, das ist ein riesen Dude! Mann, das ist ein riesen Dude! Der ordentlich Schaden aushält! Nein! Ich kann bei dem nichts einsammeln! Toll! Alter, warum machen die so? Geil, warte, ich teleportier mich wieder hoch! Dann kannst du einsammeln! Das ist halt alles Melvin seine Schuld! Warum denn immer meine? Du bist der Special Guest! Ja! Der Special Guest wird immer gemobbt, oder wie? Ja! Hä? Es ist mir eine Ehre, gemobbt zu werden von euch! Was für eine Ehre? Eure! Nee! Och nee! Tyrox! Beeilt dich bitte! Ich muss nochmal da runter! Ich muss die dämliche Statue noch untersuchen! Ja, nee! Also wenn... Ah doch! Ich muss noch drei einsammeln! Eigentlich könnte ich ja bei dir bleiben, einsammeln und dann sammelst du danach ein! Irgendwie so! Och! Ja, das ist Tyrox! Aion macht aggressiv! Keine Sorgen, ich habe eh noch eine Satztastatur! Haha, wie ich? Nee, also die Post hat bei uns irgendwie was falsch gemacht und hat aus Versehen 2 geliefert! Ja gut! Äh... Warum ist der Arsch schon wieder so schnell lebendig? Mann, jetzt kann ich wieder nichts einsammeln! Hahaha! Oh, ich muss da in den Tempel rein! Sag mir das doch, Ena! Oh Eiko, bist du? Äh... Ganz hinten am Ende! Nee, ist okay! Gleich im Tempel drinnen! Ist okay! Vor allem hier liegt doch einer, der down ist, den kannst du einsammeln! So! Hä? Was wollen die denn von mir? Ich soll eine Statue untersuchen? Das ist der Eingang! Wieso renne ich am Eingang vorbei? Ich bin doch nicht Melvin! Heie! Hee! Wie? Ja! Jettenrüstung, du stürmst. Aber wo? Weil du gerade Rüstung sagst. Ähm, die Ohrringe sind besser. Und der ist gleich mit dem. Ich müsste so langsam mal wieder Sachen verkaufen. Ich bin zu voll. Das habe ich eben schon gemacht. So, wo ist die zerstörte Statuette? Statuette? Ja. Statuette? Warte mal, hä? Die muss hier sein. Hier hat sich ein Wächter versteckt. Arschloch! Das ist kein gültiges Ziel. Ich brauche halt neue Tränke. Die, die mir 3000 Leben geben, sind so gut wie weg. Ja, die Low-Level-Dinger, die will ich ja nie haben. Die haben nur 300 Hellen. Ich habe noch eins, das gibt 1900. 900. Das ist ein Wächterstaat. Das ist ein zerstörter Wächterstaat. Die, die sind schon wieder. Das ist ein Wächtersteat. Das ist ein Wächter. Das ist ein Wächtersteat. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das für ein Riesenvieh? Bibliothekar Zahnem Alles klar Ach du Scheiße Ja, no freu dich Tyrox Hier kommst du auch noch hin Diese Musik ist so bedrohlich gerade Ja, da Ja, da Ja, da Ja 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 Ja, ich muss gegen den Bibliothekar kämpfen, oder was? Du willst mich doch verarschen. Ne. Ich muss schnell nehmen, Reckon, der sieht mir schon so gefährlich aus, als so ein Riesen-Stein-Klops. Na, Level 52. Ah, hier ist ein Obelis. Ja. Eine Reisetasche. Krieg 2. Oh, Krieg 2. Und jetzt? Wo muss ich hin? Oh, du trottst. Nochmal. Äh, ja gut, ne. Wie soll ich da hinkommen? Ach, durch das große Tor. Ja, warum nicht? Ja, wo ist das Feld? Heute ist doch Samstag, ne? Ja, den ganzen Tag, wenn nichts dazwischen kommt. Warum ist Melvin weg? Weiß ich nicht. Ja, toll, ich komme hier und darf erst mal wieder kämpfen. Obst du? Äh, dort hin einmal. Hallo, teleportieren. So. Seid ihr bereit? Wir kämpfen gegen den selben Feind. Äh, okay. Mann, ich habe versucht, jetzt ernsthaft... Oh. Bei dir läuft es wohl nicht so. Ne, also dieses Spiel, das ist, das ist, also... Grad. Du bist immer noch da unten? Ja. Warum? Weil ich jetzt diesen komischen Volltreffer überlegen soll. Aber guck mal, du hast mich fast ein vom Level her. Na, ne? Na doch, ist nur noch ein Level Unterschied. Na, ja, aber... Ja, kommt drauf an, wenn jetzt die Quest mir was Gutes gibt, dann bin ich wieder ein Level höher. Alter, warum stellen die denn auch überall die... Aber die Wächter sind doch alle leicht, die dort unten sind. Ja, aber die nerven. Ja, gut, aber es gibt wieder gut XP und guten Loot manchmal. Warum soll ich den guten Loot? Kannst du verkaufen. Bringt mir doch nicht, ich habe eh hier 400.000. Ja, die doch. Oh, hier gibt es schon eine blaue Quest, ernsthaft. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich mich machen soll. Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich machen soll. Soll ich da noch kommen soll. Hm. Betrete das Udast Temp... Die Udast Tempelkruft. Wo ist die? Auf Karte zeigen. Hä? Ich raff die in der Quest gerade, ne. Oh mein Gott. Kurz setzen. clatt. Herr Entfernt. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.